Und damit moin Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Elmbongas. Ja ihr habt richtig gehört Elmbongas. Und wir sind Cremate. Yippie. Auf der neuen map war er wieder Kitchen. Auf der neuen map er. Wo man neuer Ding. Wo man mittlerweile ausunkern kann. Wo man es baut. Finde ich sehr schön. Ist auch ne sehr große Map. Finde ich. Ein bisschen zu groß. Ich habe ein bisschen zu groß. Ok Alles klar, da ist keiner mehr Boah Oh scheiße, hier durch Oh, Luftglauben Alter, die Task finde ich teilweise zu einfach Irgendwann kann ich die Map auswendig, ich sage es euch, dauert nicht mehr lange Ok Neue Karte durchziehen Neue Karte durchziehen Neue Karte durchziehen Neue Karte durchziehen Geen Untertitelung. BR 2018 Man weiß es nicht, kam gerade zu der Frage, wie mit den Zahlen und den Hebeln da ist. Bei der neuen Map in Elektrik, wir starten in Brick. Gehen dann gleich hoch, hoch, hoch. Rüber, 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 rüber zu Lichtfix. Es gibt mehrere Lichtfixes anscheinend. Läuft, rüber, rüber. Lalalalalalalalalala So schließen wir die Taschen noch ab Ey, wir sind eine Gromade-Maschine So. 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 Ja, safe. Hallo. Und damit tschüss. Bis zum nächsten Mal und ciao.